Musik Seit mittlerweile 14 Jahren gibt es die Kinder-Uni in Oberösterreich. 2004 gegründet, haben inzwischen 25.000 Studierende mitgemacht. Dieses Jahr könnten mehr als 2.000 dazukommen. Heuer haben wir wieder unsere sechs Standorte. Wir sind in Linz, in Steyr, in Hagenberg, in Wels, im Enztal und im Almtal präsent. Wir haben insgesamt über 375 Lehrveranstaltungen mit 500 Dozentinnen und Dozenten. Wir haben Platz für über 2.000 junge Studierende, die uns hoffentlich wie jedes Jahr die Campus stürmen werden. Ob nun Workshops mit dem Schwerpunkt Theater, Natur oder auch Digitalisierung. Mitmachen können alle zwischen 5 und 15 Jahren. Was mir besonders am Herzen liegt, dass wir die Kinder möglichst bald für Forschung und Entwicklung begeistern können und dass sie ganz mit einfachen Mitteln, Vorträgen und Projekten dem Thema Wissenschaft näher kommen können. Die Anmeldung für die Kinder-Uni Oberösterreich startet am Montag, 15. Mai, gestaffelt bis 6. Juni. Warum sollte man dabei sein? Weil man neugierig ist und weil man mehr erfahren möchte und weil es garantiert ganz viel Spaß macht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017